Es ist das Jahr 1619 und ich habe gerade in der Exekution geflüchtet von den Händen eines eigenen Königs. Vielleicht wäre ich in Frieden gestorben. Ich habe das dringende Bedürfnis. Mein Name war zu waschen. Was? Was? Zu reinigen? Oh verdammt! Das Schicksal hat mich hierher gebracht. Viele nennen es neue Welt. Der Moment nannt es Mars. Hallo Leute, mit diesem Intro, das ich gerade total versaut habe, sehen wir uns in Jamestown Legend of the Lost Curly. Ich bin Schattenbümer von SGU und wir sehen uns. Start Game! Ich werde dieses Spiel durchgehend auf Legendary spielen. Wie man sieht, habe ich hier schon alles durchgespielt. Einmal. Ich werde das nicht zu hart feilen, hoffe ich jedenfalls. Und wir werden sofort das erste Kapitel nehmen, starten, whatever. Und ich werde nicht alles übersetzen, sondern es tatsächlich in der Originalsprache Englisch vorlesen. Wer Probleme haben sollte, Google Translator, hopp. Okay, also schauen wir uns das an. East Frontier. At the edge of British territory. March and various... Loyal to the Conquistador. Frecavo con Zedlas. Legendary. Nun sehe ich, ich spiele mit Controller, wie man schon sieht. Und was wichtig ist, hier kann man uns eins von vier Schiffen aussuchen. Ich werde durchgehend. Ich werde... Ich weiß nicht, ob ich alle mal zeigen werde, aber ich würde vor allem mit den beiden hier spielen. Weil ich die einfach nur nutzlos finde. Mag sein, dass es nicht so ist. Andere Spieler mögen vielleicht damit gut sein, aber ich werde mich vor allem auf den Beam fokussieren. Das ist wirklich der standardmäßige All-Around-Performer, wie es hier schon steht. Okay. Chapter 1. War upon V's Frontier, in which the settlement is arranged by bedankled Martians, loyal to the Spanish. The villain appears. Mein Gott! Da rennen unsere Leute schon weg. Die freuen sich. Stimmt! Wir werden schon angegriffen, was nicht nett ist. Die Story wird natürlich erst nach dem Kapitel hier gezeigt. Und was ich dir hier noch sagen muss. Jamestown, ein ganz traditioneller Top-Down-Shooter. Wir können hier ballern und ballern. Und wir können natürlich auch einen Special-Angriff, der Knicks kostet. Da können wir das hier machen. Brrrm, Laser. Und dass wir noch können. Laser. Und mit dem Laser können wir eventuell auch Gehe töten, die sich außerhalb unserer Reichweite befinden. Was wir noch können. Laser. Und mit der Taste hier, wie ihr es gerade gesehen habt, können wir uns ein Schild kurzzeitig erschaffen. Was uns dann so leuchten lässt und uns dann höheren Schaden beschafft. Das heißt, wir machen tatsächlich enorm viel mehr Schaden. Dafür erhört sich die Leiste da unten, was ungut ist. Deswegen versuchen wir es natürlich währenddessen nochmal aufzufüllen. Was das Problem dabei ist. Es ist halt natürlich da, um viele Punkte zu sammeln. Aber wir sind natürlich danach verletzlicher. Und können uns nicht mehr schützen vor Angriffen durch das Schild. Das können wir nur, ja, indem wir hier in die Luft fliegen. Like a boss. Nein. Wir können da noch ein kleines Ersatzschild starten, sag ich jetzt mal. Das uns eventuell mit Schaden beschützen soll. Aber unsere ganze Kombo abbricht, die wir da gesammelt haben. Und uns auch die Punkte wegnehmt. Also ich werde das nicht benutzen. Ich bin kein Punkte-Farmer. Es ist mir völlig egal, welche Punkte ich habe. Ich will es nur schaffen. Deswegen werde ich das Schild nur benutzen, wenn ich es brauche. Das hier wäre zum Beispiel ein passender Moment gewesen, es gleich anzusetzen. Ja, wir setzen das Schild an. Und, oh. Schild! Ich befördere dich nicht mehr. Ah! Ich werde natürlich versuchen, so wenig Schild wie möglich zu benutzen. Aber es ist sehr sinnlos. Also, wir müssen es einfach anwerfen. Jetzt zum Beispiel ein paar Punkte-Farben. Und ich bin doch ein Punkte-Farmer. Ich wusste es. Tief in meinem Inneren bin ich doch einer. Ah! Wir werden natürlich ein paar Punkte sammeln. Wir wollen die Seis immer schön hochhalten. Jetzt werden hier vor der Seite gleich ein paar Quallen kommen. Und ich kann sie nicht mal fällig labern. Dann sind sie schon da. Am Ende jedes Kapitels werden wir uns einen wichtigen Boss stellen. Der Traitor-Prinz. Overmine! Und dann gehen wir zu den Merchand-Raybohr-Farben. Und den es gilt, auf die Fresse zu kloppen. Ja! Der Boss hier ist noch relativ simpel. Er kann nicht viel. Er kann das! Das habe ich natürlich vergessen. Wo wir natürlich die Chance ergreifen und alles töten. Dann der Schild anmachen und ihn mehr auf die Fresse hauen. Oben seht ihr auch seine Leiste. Die sind zwei Teile geteilt. Mehrere Bossen. Spätere Bossen werden natürlich auch mehr Leisten haben. Ich werde mich jetzt hier befinden. Und den trollen. Nein, werde ich nicht, weil hier ist es mir zu gefährlich. Und diese AP-Leisten. Sobald diese erreicht sind. Was gleich passiert. Oh mein Gott, das war knapp. Wenn das passiert. Genau. Dann geht er in eine zweite Form. Die nicht sehr nett ist. Muss ich sagen. Dann werden wir das hier abblocken mit unserem Awesome-Schild. Dann unser Mini-Schild benutzen. Dann neu auffüllen. Und weiter ballern. Der Boss ist wirklich nicht schwer, wie gesagt. Und ich fahle gerade. Das ist immer nicht wahrhaftig. Oh mein Gott. Und dann machen wir ein Fettisch. Schild und Bäm in die Fresse. Ja, das war auch schon der erste Boss. Das erste Kapitel von Jamestown. Und wir können dann der Story zuhören. Und wir haben 18.000 extra Punkte. Es reicht natürlich nicht für den Maximalstern an. Für das Maximalstern an. So konkret. Ich habe auch ein bisschen Geld übrig. Und da werden wir jetzt auch die Geschichte an. November. Der Fünfte. Das ist neunzehnt Abend. Ah, ich wollte nicht hören. Oh. Oh, as we drove back the last of the Allied Spanish Belgian Forces, we heard a distant bell cry through smoke and dust behind us. Erupting dramatically from the clouds was none other than John Smith, this handsome fidget posed dramatically as the pro of his ship. Hallo. This dashing entrance came a moment too late to renders any actual assistance, but the man's eagerness and thirst for adventure, too much to forgive his lacking punctuality. Having turned the tide of his frontier campaign against the enemy, his spirits were high and offered to offer us lodgings for the night. Die Redestrie von uns. Over a bonfire feast of roast pork and potatoes, Smith drew out a crude map of a place he and this man called the Dark Sector. Shrouded within foreboding clouds and tempestures in Glyklans, he believes that his godforsaken place may hold the answers I seek. Our course will take us directly through territory controlled by the Spanish. Their conquistadors will want, will want, will want, we can't, after the loss is here today. May some light find us in the stark and forgotten corners of the wilderness. We live at dawn. R. Where's this R? Hey, it's will I be! Hey! Yeah, Leute, das war der erste Part von Let's Play Jamestown, The Lost Colonies. Wir sehen uns das nächste Mal hier. Hohoho, hier, genau hier, nein, da, im Dark Sector, den wir uns natürlich stellen werden. Und damit verabschiede ich mich auch beim ersten Part von SGU, auch wenn ich das gerade erst gesagt habe und ich sage es gleich nochmal, wir sehen uns hier, genau da, im Dark R. Genau so soll das heißen. See ya, Leute, und bis zum nächsten Mal. Den nächsten Part könnt ihr oben finden, sobald er rauskommt. Der vorigen Part, das ja ziemlich dumm jetzt ein geben würde, könnt ihr dir normalerweise um links finden, was sehr schön ist. Deswegen, wir, äh, tschüss, äh, bye.